Das war so furchtbar. Dankeschön, dann geht der Mio raus, der... Okay, das ist nicht jetzt hinten. Hallo? Also es ist relativ gruselig, finde ich jetzt. So langsam wird es auch ein bisschen abstrus. Ich habe nur noch zwei. Lassen wir das mal. Was ist das? Das ist, weil ich immer alles anfassen muss. Alles anfassen. Also ich will dieses Landhaus gar nicht mehr haben. Ja, ich weiß, dass ich so heiße. Lass mich. Vor allem ganz ehrlich, ich hätte so schnell Kärt gemacht. Das macht halt einfach. Ich höre sie mal auf. Ich mag das nicht. Also Taschenlampen und so sind ja so ein bisschen eh. Okay. Oh, wer bist denn du? Das ist schon wieder eklig. Also sowas ist ja nicht gruselig. Das hätte ich beispielsweise nicht in meinem... Also ich ziehe ja noch dieses... Ja, möchte ich ja ganz gerne umziehen. Das ist wiederum cool. So ein Flügel und so. Das finde ich geil. Aber das da ist schon wieder gruselig. Das sieht so ein bisschen aus, weißt du, wie Stargate. Hallo Wolfi! Okay. So, gehen wir erst mal weiter. Kann ich da weiter gehen? In die Dunkelheit. Gehen wir mal. Ja, später. Ich muss erst mal ein bisschen hier spielen. Ich habe vorhin gegessen und habe ich erst mal schön eingeschlafen. Warte mal, kam ich hierher? Eine Kerze, wir zünden sie an. Dann wer sind die Westbrülle? Kamen wir jetzt daher oder daher? Ich bin ganz unschlüssig. Ne, wir kamen hierher. Okay. Das ist halt nochmal sowas. Aber ich weiß gar nicht, wofür ich dieses... Ich habe jetzt schon diesen blauen. und weiß eigentlich persönlich, was ich machen muss. Und ich habe nur noch ein einziges Streichholz. Das ist nicht so wunderschön. Wow, wow! Okay, wo sind wir jetzt? Mach die Tür auf! Sind wir einmal im Kreis gelaufen, wie mir scheint. Ach genau, hier glaube ich, kamen wir hier lang. Oh, die gehen mir auch so auf den Sack, ey. Als ob die Leute nicht wissen, wie ich... Ja, ich weiß, dass ich so heiße. Aber was soll ich denn hier machen? Ich bin dann kein, äh... Oh. Guck mal, aber es ist sehr, ähm... Oh. 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 Warte mal, vielleicht lädt sich das ja auch, wenn ich sie auslasse. Ich glaube nicht. So, wozu aber, warum habe ich jetzt dieses Steinchen? Das sieht so mega gruselig aus, aber auch so cool. Also hier ist nur da eine Tür. Hier ist so eine Maschine, aber da kann ich ja nichts mitmachen. Gute Nacht, Froschi! Schlafst du auch gut? Ich bin der Ansicht, dass ich eigentlich vorhin hier diese Dings aufgemacht hätte. Ist das flackernde Schatten hinter dir? Die Grobe, bitte. Bist du doof? Nein, da flackert nix. So. Ah! Uh! Ja, wenn man rangekriegt wird, das ist nicht schön! Schlaf du nicht gut! Trämen was ganz Furchtbares! Naja, aber erst auf, ne? Ich habe gut geschlafen, vorhin. Ich muss irgendwie das Gefühl dazwischen... Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Aber das ist ja zweitens. Wo ist dann hier erstens? Da! Erstens. Aber wo ist denn hier so ein Code? Ich muss jetzt mal versuchen auszutauschen. Warte mal, das ist jetzt ein blauer Kristall. Vor allem die anderen. Jetzt muss ich wieder hetzen. Was ist denn so ein Lila, ne? Ja, auch nicht. Vielleicht ist es auch der Grüne halt einfach, ne? Oder gab es auch noch einen... Nein, ich glaube, es gab keinen Gelben. Der ist ja so grün-gelblich. Hä? Ja, das ist jetzt gelb, oder? So, das hat es jetzt in der Hand. Dann gehen wir mal nach da. Zweitens. Geh an diese Maschine. Aber wo ist denn die Maschine? Ist es diese Maschine? Kann ich denn da irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll muss. Ich kann es ehrlich gestehen. Ich meine, das habe ich verstanden. Dass ich da diesen... Dass diese Hand halt oder diese Kralle... Aber an sich ansonsten... Keine Ahnung. Da fehlt ja noch ein Hebel. Aber wo ist denn der denn dann? Hm. Vielleicht die anderen Maschinen. Das kann natürlich auch möglich sein. Das ist vielleicht die Maschine zu dem passenden... Oder dass man da vielleicht jeweils den anderen... Noch mal so einen anderen Kristall reinpacken muss. Wo war denn hier nochmal eine? Hier war keine. Ich glaube, hier war noch eine der anderen. Guck mal, hier kann ich aber auch nichts machen. Ich glaube, wo wir vorhin raus... Also wo wir zuerst rausgekommen sind... So, hier nicht. Das ist auch wahrscheinlich nur so erstmal dahingestellt. Hier. Warte. Gucken wir mal kurz zurück. Dann kommen wir hier hin. Ich glaube, wir sind von hier her gekommen. Wenn ich jetzt nicht im Kreis gelaufen bin. Nee, hier bin ich nicht im Kreis gelaufen. Vielleicht muss ich noch ein Stück weiter. Aber hier war ja nichts mehr drin, ne? Da war das mein Startpunkt. Nee, da kann ich nochmal lang. Ich glaube nämlich, hier war mein Startpunkt. Genau, hier war mein Startpunkt. Also ich muss an irgendeiner Maschine irgendwas machen. Vielleicht mit dem Gleichen, oder? So, aber hier ist ja nichts drin. Rüttel, rüttel. Rüttel, rüttel. Ich mache auch mal das zu, damit ich weiß, okay, da ist nichts. Guck mal, der ist, ich dachte, das hat auch was damit zu tun, ne? Also der ist ja blau, das sehe ich ja. Das ist aber blau, warte. Ich muss nicht den drücken, wenn irgendwie was blaues da drin ist. Machen wir mal so. Das waren jetzt auch zwei. Da machen wir den auch mal einmal zu. Ne, die sind immer blau. Aber was hat das denn überhaupt so, ich meine, da kann ja gar nichts machen. Wie unter den Maschinen ist er auch so, also da ist er überhaupt gar nicht so ein, da ist er gar nicht so ein, da ist diese Symbolik halt einfach auch nicht, ich hätte jetzt gedacht beispielsweise, dass wir grün oder irgendwas, aber dem ist er gar nicht so, da ist noch einer, ja, ja, den habe ich gesehen. Sieht auch komisch aus, dass das hier so drinnen steckt, oder? So ein bisschen zu offensichtlich, wie ich finde, aber ich kann es nicht anwählen. Also ich hätte jetzt weiß er nicht, das ist mir auch gerade eben gar nicht erst aufgefallen, aber das ist glaube ich so ein bisschen, hm, 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 hm. Weil da fehlt ja auch irgendwie was. Ja genau, das sieht so aus, als würde ich es mitnehmen können, aber ich kann es nicht mitnehmen. Vielleicht kann ich ja, vielleicht ist es ja anders, warte. Oh Gott. Es ist ja dunkel. Ich kann ja auch nicht nochmal ablegen, das ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt, also ich sah so aus, als hätte ich es mitnehmen können, aber irgendwie, also solange es halt nicht so ist, dass es hier so rot umrandet ist, wird es leider nicht. Vielleicht muss ich aber auch erst ein anderes Teil finden. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber hier war ich ja schon über, ich will noch einmal ganz kurz gucken. Oh Gott, im Himmel. Also ich meine, wenn jetzt dieser Tipp kommt, sammle die Räder auf, ne, dann haue ich meinen PC. Oder das Spiel. Ich hüpfe im Übrigen auch immer so. Guckt euch das ganz genau an. Warte. Genauso hüpfe ich auch. Ich mache mich ganz steif und dann hüpfe ich. Ach, hier sind wir wieder am Anfang. Also es kann sein, dass ich gleich diesen Tipp kriege. Du bist doch eine Räder. Ich meine, das ist das eine, haben wir ja schon gesehen. Aber wo kommt das, also wo ich das dann reinmachen würde? Natürlich wüsste ich auch. Hm. Sie gehen auch nicht auf dem anderen, da waren Kristall drin. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich erst diesen Kristall da genommen habe. Ich will aber, wenn wir diesen einen Raum nochmal betreten, noch beschauen, und irgendwie, dass ich irgendwie was falsch mache. Ich könnte irgendwie was anderes anfassen. Nein, kann ich ein Licht geben. Schade. Ich meine, dieses Designer-Rad, da hast du recht, mir sah wirklich schon so aus, als ob das wirklich zu mitnehmen ist, aber anscheinend, da ist auch nochmal eins. Also es ist wirklich so offensichtlich halt einfach platziert, finde ich, aber ich komme noch nicht dran. Das habe ich aus Versehen, scheiße. Können wir es auch einmal ausnutzen. Ne, aber ich kann es wirklich nicht mitnehmen. Also ich drücke wirklich hier, aber es will noch nicht mit, ich muss noch irgendwie was machen. So, gehen wir jetzt nochmal in aller Ruhe schauen. Alles Luca? Ne, natürlich noch nicht. Also ich meine, die eine Zeichnung, ne? Okay, gut. Die kann man sich ja so ein bisschen, das ist ja alles okay, aber so die, also das hier, ne? Das beispielsweise, oder muss es wirklich dieser Gelbe sein? Oh nein. Ich meine, das ist offensichtlich. Warte mal, wir machen mal, ich suche den Gelben mal einfach nochmal. Ich glaube, der müsste irgendwo hier liegen. Das ist so offensichtlich halt einfach, ne? Das ärgert mich auch, dass wir den nicht aufnehmen können. Definitiv nicht. Jetzt müssen wir erst mal den... Da ist er nämlich, warte. Der ist ja definitiv Gelb, ne? Nehmen wir erst mal den Gelben. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir wirklich erst mal diesen Pissgelben noch darauf machen müssen. So, und offensichtlich Gelb. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich jetzt erst die Kurbeln einsammeln kann, oder? Jetzt kann ich nämlich einsammeln, toll. Wow. Es lag einfach nur daran, dass ich nicht die richtige Farbe habe, Spiel. Uff. Ja, genau so habe ich das. Was? What? So, und das andere Bauteil. Jetzt geht es ja wieder etwas zügiger. War das hier? Wartet mal. Nein. So, jetzt muss ich nur das andere Bauteil finden. Wo war das denn? Kommt mir so vor, als wäre ich gerade eben schon hier noch gewesen. Wartet mal. Hier muss ich auf jeden Fall gleich noch was hinlegen. Aber wo war das denn nochmal? Ja, aber ganz ernsthaft mal, so ein dummes Ding. Uff. So, wo war das Teil denn? Das war, glaube ich, äh, hä? War das nicht hier? Bam, 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 bam. Nee, hier kommt man. Wo war das denn jetzt nochmal, meine Herren? Jetzt werde ich ungeduldig. Jetzt will ich das jetzt sofort haben. Gib mir das. Also, es hat, glaube ich, so eine Holzkiste, oder war das das? Nee, also, Holzkiste, glaube ich, war das. Ah, 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 ah. Oh, Gott. Oh, okay. Yes, it's my name. Da ist es so. Gib mir das. Nein, das wird es geben. Ich schreie, wenn das nicht passt. Nein, das ist nicht die richtige Maschine. Also musst du doch noch irgendwo, wartet mal. Welch nicht so gässlich manchmal wäre, ne? Wenn wir, nö, kommt man nix durch, aber manchmal, oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall fertig. Das heißt also, dass ich diese anderen... Mama! Das war gemein. Ich will nicht so was trinken. Ich will nicht so was trinken. Also, sowas erschreckt mich echt, wenn, aber nicht, wenn da irgendwie so eine Spinne über meinen Bildschirm läuft. Ich bitte das Spiel. Wo ist das jetzt diese beschissene Maschine denn hin? Das ist nicht lustig. Hallo? Ich werde nie wieder... Ich kann nicht gebären, was so schlimm ist. So, aber ich spiele jetzt nur so. Aber das ist echt gemein. Weißt du, du bist wirklich abend zu abend drüber nachdenken, was du machst. Das ist komplett woanders nur im Kopf. Bitte, lass du es sein. Jetzt müssen wir noch einen Ratz suchen. Bei manchen Maschinen hat... Was? Ich habe auch einen Zau. Das hat das mit Gebären zu tun. Also, du sollst ja solche Spiele ja nicht spielen, wenn du gebärmt bist. Also, wenn du gerade ein Baby drin hast. Ich habe ja ein Baby drin, keine Einspannung. Aber dann sollst du solche Spiele nicht spielen. Oder wenn du Herzprobleme hast oder so. Müssen wir denn jetzt noch ein... Die Frage ist jetzt halt einfach, müssen wir jetzt noch so ein Teil finden? Weil dann würde ich vielleicht eventuell... Ich kann mich noch nicht erinnern, wo eins war. Ich habe auch wirklich manchmal die Aufmerksamkeit einer Maus. Sind wir jetzt fertig? Na, so ein Glück! Arthur. Arthur. Vor allen Dingen Arthur. Er ist Arthur! Mein Gott! So, gucken wir mal weiter. Guck mal da. Guck mal, warte da. Schreiben wir uns auf. Das ist so komisches... Ne? Hey, 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 hey. Ping. Dann haben wir da so einen lustigen Kreis mit so Sachen drin. Einen Kreis mit... Tö, tö. Und dann haben wir da so ein komisches... Tö, 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 tö. Gut. Sieht überhaupt nicht so danach aus, aber hey. Das ist mir aufgemalt. Guck mal, sowas, ne? Da bin ich total fit drin. Ich weiß doch nicht, warum. Aber bei anderen Sachen... Wie mache ich das denn jetzt? Warte, das erste war mit so einem lustigen Punkt da unten. Hoppala. Das war... Das... Was zählt denn? Zählt das in der Mitte da? Lasst mich in Ruhe! Oder muss das da oben stürmen? Werden wir jetzt rausfinden. So. Und nun? Muss das jetzt da oben sein? Also, es muss bestimmt da oben sein, oder? Also, da oben. So. Wollen wir mal der Kreis? Äh. Was? Warum? Wieso denn das? Jetzt muss ich alles nochmal machen. Alter, ne? Werde ich das jetzt alles nochmal... Ernsthaft? Ich muss das jetzt alles nochmal machen. Das ist schon ein bisschen bitter gefühlt. Ich glaube, das ist grün, ne? Also, das finde ich ein bisschen dümmlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt alles nochmal machen muss. Wo ich mir frage, wir gucken uns mal die Kombination an. Das muss doch die Kombination sein. Drei. Das ist doch die Kombination. Ja, gut. Jetzt ist es eine andere. Hä, aber wieso denn ansonsten die Kombinationen stehen? Das ist doch total dumm. Ich mag das Spiel nicht. Also, definitiv hast du gerade die richtige Kombination. Aber, geh weg. Also, das ist so ein bisschen fad jetzt zum Nebengeschmack. Ich hoffe, es ist einfach der Richtige wieder. Oh, da stand ich einfach nur doof. Das kann natürlich auch sein. Jetzt ist es natürlich der Rote, ne? Ich kriege hier Wahnsinn. Also, ohne Witz. So, diesen scheiß Roten nochmal. Wovor hat er denn nochmal? Warte, warte. Dann kann ich erstmal hier. So, zack. Ich suche nur den Roten. Ich werde nur den Roten haben. Ja, dann... Da hatte ich jetzt doch etwas mehr erwartet. Irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu funktionieren. Jetzt muss ich kurz die Maschinen suchen. An dieser Anlage scheint ein Bauteil zu fehlen. Oh, lasst mich einfach in Ruhe, du Fuhrer. Im Übrigen benutze ich das nur bei Spielern. Also, bei hier so In-Game-Spielen. Wenn es jemand die ganze Zeit so Sarah, 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 Sarah ruft. Wird das so ein bisschen nervt. Ansonsten glaube ich... Ja doch, im PvP vielleicht. Bin ich aber ehrlich. Aber wenn mir jemand wirklich auf den Geist... Also, wirklich. Schon aufs Blut, auf den Geist geht. So. Will er den anderen nochmal suchen? Ich weiß nicht mehr, er weiß, wo das ist. Das ist auf jeden Fall fertig. Also, das ist jetzt so ein bisschen der bittere Beigeschmack. Das hätten sie irgendwie anders lösen können. Dass man beispielsweise... Weiß ich nicht... Wo soll ich mich denn hinstellen ansonsten? Ich meine, das kann doch nur diese... Gab es jetzt noch ein Dings? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ein Rad gab es noch irgendwo. Aber fragt mich bitte nicht, wo. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich meine, ich kann echt nur darauf eingehen. Und ich hatte das ja richtig eingegeben, dachte ich zumindest. Ich habe mir das auch... Ihr könnt auch gerne gucken. So einmal aufgemalt. Falls ihr das jetzt so seht. Also, da ist es jetzt. Und das fand ich schon so ein bisschen mad gerade. Finde ich in Ordnung. Hier muss wohl eine richtige Kombination aus drei Symbolen eingestellt werden. Irgendwo muss Arthur doch die Kombination notiert haben. Vor allen Dingen. Soll ich mich dann demnächst hier einfach hinstellen oder was? Ja, ich kann es jetzt nur ausprobieren. Das ist es halt. So, ich mache mir das wieder auf. Noch mal kurz gucken. Da ist aber nichts. So, dann haben wir einmal dieses witzige Ding. Dann haben wir einmal diesen Tribal. Und dann haben wir einmal das Auge. Ihr könnt das jetzt auch mal sehen, dass ich mir das aufgemalt habe. Was ist das? Wenn ihr das sehen könnt. Ich kann mir natürlich auch erst mal so ein bisschen vielleicht das Tor auch anschauen. Was hat den Kringel? Warte mal. Was hat da gar kein Kringel drauf? Also von daher, also ohne Witz. Oder muss es so herum? Ne, ich glaube, das ist wirklich nicht das, was da... Dann ist das natürlich gerade eben... Also ich wollte das in der Mitte. Ich habe das ja alle gesehen, dass ich das erst in der Mitte hatte. Und dann habe ich aber diesen Hegel dann nicht gefunden gehabt. Und das war, glaube ich, einfach das Problem vielleicht gerade, dass es irgendwie nicht so ging. Machen wir mal einmal. So, wir haben jetzt erst diesen... Ich will das jetzt erstmal nachschauen. Dieses... Das haben wir erst. Dann haben wir dieses Tribal. Und dann haben wir das Auge. Na, jetzt mal schauen. Oh nein! Was passiert hier? Jetzt zieht mich hinein! Nein, ich laufe noch weg! Nein, ich theufe. Oh nein!